Liebe Studierende, willkommen zum sechsten Podcast des Semesters. Hauptthema der letzten Vorlesungen war die Einführung von Wechselspannungen und Wechselströme und besonders der komplexen Widerständen, die sogenannten Impedanzen. Wir haben dann die elektromagnetischen Wellen aus den Maxwell-Gleichungen hergeleitet und somit das Kapitel Elektromagnetismus abgeschlossen. Wir haben auch mit dem Kapitel Thermodynamik angefangen, besonders das ideale Gasgesetz und das Konzept der spezifischen Wärme waren im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wechselstromquellen gehören zu den einfachsten Stromquellen, die wir kennen. Zum Beispiel Spulen, die in magnetischen Feldern rotieren. Wechselspannungen sind in mancher Hinsicht viel besser zu handhaben als Gleichspannungen. Sie lassen sich zum Beispiel problemlos und fast verlustfrei von einem Wert auf einen beliebigen anderen transformieren. Mit Hilfe des Induktionsgesetzes können wir für die Versuchsanordnung bestehend aus einer rotierenden Spule mit Kreisfrequenz Omega im Magnetfeld den Wert der Wechselspannung berechnen. Man erhält eine sinusförmige veränderliche Spannung. Die Frequenz der Wechselspannung ist gleich der Kreisfrequenz der Spule. Die Amplitude der Spannung ist direkt proportional zur Kreisfrequenz und zum äußeren Magnetfeld. Um komplexe Schallkreise mathematisch zu behandeln, bietet die Mathematik komplexer Zahlen ein effizientes Instrument an. Man definiert den komplexen Wechselstrom und man berechnet die dazugehörende Wechselspannung, was einer Verallgemeinerung des Ohmschen Gesetzes entspricht. Man definiert also die komplexen Wechselstromwiderstände, die man als Impedanz kennt. Als komplexe Größe besteht die Impedanz aus einem Realteil, der Widerstand selber, und imaginären Teil, die sogenannte Reaktanz. Die Impedanz des Widerstandes ist gleich R. Die Impedanz der Spule ist gleich I mal Kreisfrequenz mal Induktivität L. Die Impedanz des Kondensators ist gleich minus I geteilt durch Kreisfrequenz Omega mal Kapazität C des Kondensators selber. Bei Verwendung der komplexen Schreiweise kann man die Spannungen der unterschiedlichen Wechselstromwiderstände erreichen. Es sei auch notiert, dass zwischen Wechselspannung und Wechselstrom eine Phasenverschiebung entstehen kann. Alle Regeln, die für Gleichströme abgeleitet wurden, gelten auch hier. Besonders lassen sich die Kirchhoffschen Regeln verallgemeinern. Bei der hintereinander Schaltung von Wechselstromwiderstände folgt, dass die totale Impedanz gleich der Summe aller einzelnen Impedanzen in der Masche ist. Bei der Parallelschaltung von Wechselstromwiderstände folgt, dass die Inverse der totalen Impedanz gleich der Summe der Inverse der einzelnen Impedanzen ist. Wir haben das Kapitel Elektromagnetismus mit der Einführung der elektromagnetischen Wellen abgeschlossen. Elektromagnetische Wellen breiten sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit aus. Es ist gleichgültig, relativ zu welchem Bezugssystem man diese Ausbreitungsgeschwindigkeit misst. Die Existenz elektromagnetischer Wellen wurde im Jahre 1895 von Maxwell aus den nach ihm benannten Gleichungen ergeleitet und vorausgesagt. Erst 20 Jahre später gelangt dann Erz ihr experimenteller Nachweis. Das elektromagnetische Spektrum fasst folgende wesentliche Wellentypen zusammen. Radio- und Fernsehwelle zur Übermittlung von Signalen, Infrarotwelle zur Ausstrahlung von Wärme, sichtbare Wellen, wo unsere Augen empfindlich sind, UV-Strahlung und noch weiter Röntgen-X-Strahlwellen, die so wichtig in der Medizin sind. Um elektromagnetische Wellen zu erzeugen, betrachten wir den Erzschendipol. Elektromagnetische Wellen entstehen durch bewegte elektrische Ladungen. Die von S ausgehende elektromagnetische Strahlung ist linear polarisiert. In Richtung der Antennenachse X wird keine Energie abgestrahlt. Der Erzschendipol stürzt sich auf dem Prinzip eines schwingenden LC-Kreises. Ladungen und somit die Energie der elektrischen und magnetischen Felder schwingen zwischen Kondensator und Spule. Der gerade Antennendraht, in dem die Ladungen periodisch hin- und erfließen, stellt somit einen schwingenden Dipol mit dem elektrischen Dipolmoment dar. Im Nahbereich des ozillierenden Dipols sind elektrisches und magnetisches Feld um 90 Grad Phasen verschoben. Je weiter man sich vom Bipol entfernt, umso geringer wird die Phasenverschiebung zwischen dem elektrischen und magnetischen Feld. Nur beschleunigte elektrische Ladungen emittieren elektromagnetische Wellen. Schließlich, diese bestehen aus einer elektrischen und magnetischen Komponente, die senkrecht zueinander stehen. Die elektromagnetische Welle ist eine transversale Welle, da die schwingenden elektrischen und magnetischen Feldkomponente senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle stehen. Die Stärke der Felder nimmt umgekehrt proportional zum Abstand R von Bipol ab. Das ist das Kennzeichen einer Kugelwelle. Mit einfachen Überlegungen aus dem Induktions- und Durchflutungsgesetz haben wir festgestellt, dass beide Komponenten, elektrisch und magnetisch, die berühmte Wellengleichung erfüllen müssen. Wir haben dann das Kapitel Thermodynamik angefangen. In der Thermodynamik studieren wir physikalische Phänomene, die meistens durch Austausch von Wärme zwischen einem Stoff, sei es Materie oder irgendeinem Material, und einem Wärmereservoir erfolgen. In diesem Zusammenhang stellt die Wärme eine Übertragungsform der Energie dar. Die Zustände der Stoffe bei einem thermodynamischen Prozess werden mit Hilfe von sogenannten Zustandsvariablen beschrieben, die wir zunächst definieren müssen. Diese sind die Temperatur T, der Druck P und das Volumen V einer Stoffmenge. Wir möchten die Beziehung zwischen Druck, Volumen, Temperatur und der Masse M oder der Mohlzahl erleiden. Diese Beziehung heisst thermische Zustandsgleichung. Man betrachtet zunächst folgende Idealisierung. Die Gasmoleküle werden als punktförmige Körper angesehen, zwischen denen keine anziehende oder abstoßende Wechselwirkungskräfte bestehen. Die Gasmoleküle verhalten sich wie vollkommen elastische Kugeln. Experimentell stellt man fest, dass Gasthermometer, die mit verschiedenen sogenannten Idealengase gefüllt und an die Fixpunkte 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius angeschlossen sind, in diesem Bereich eine streng lineare Anzeige der Druck- und Volumenabhängigkeit zur Temperatur besitzen. Die Extrapolation aller geraden Stücke in diesem Bereich schneiden für Druck gegen 0 und Volumen gegen 0 die Temperaturachse bei minus 273 Grad Celsius. Somit führt man die neue Kelvin-Skala für die Temperaturwerte ein. Zusammen mit dem Boyle-Mariot-Gesetz, d.h. Druck-P und Dichte-Rho eines idealen Gases sind bei konstanter Temperatur zueinander proportional, stellt man fest, dass Volumen mal Druck konstant sein muss bei konstanter Temperatur. In der Nährung des idealen Gases erhält man schließlich die G-Lux-Action-Gesetze. Man erreicht äquivalente Darstellungen des idealen G-Lux-Gesetzes in Abhängigkeit, wie die Stoffmenge definiert ist. Druck mal Volumen gleich Masse mal spezifische Gaskonstante RS mal Temperatur oder Druck mal Volumen gleich Anzahl Teilchen mal Boltzmannsche Konstante mal Temperatur oder Druck mal Volumen gleich Anzahl Mole mal allgemeine Gaskonstante mal Temperatur. Es gilt auch, dass die allgemeine Gaskonstante gleich dem Produkt zwischen Avogadro-Zahl und Boltzmannsche Konstante. Die grafische Darstellung der Zustandsgleichung einer idealen Gase als PVT-Fläche wird meist vereinfacht durch Projektionen in die Drucktemperatur beziehungsweise in die Druckvolumenfläche. Das ideale Gasgesetz reflektierte die Idealeigenschaften dieses Gasmodells. Beim absoluten Nullpunkt bleibt von dem Gas nichts übrig. Druck und Volumen verschwinden. Diese Idealisierung wird sich kein physikalisch realer Stoff bieten lassen. Die drei Kurven ABC unterteilen im BT-Diagramm der realen Gase die gesamte Fläche in drei Gebiete, die den drei Aggregats zustehende Fest-Flüssig- und Gasförmig zuzuordnen sind. Grob kann man sich merken. Beim ohen Drucken und niedrigen Temperaturen ist der Stoff fest. Bei niedrigen Drucken und hohen Temperaturen ist er Gasförmig. Dazwischen liegt irgendwo der flüssige Zustand. Die Trennlinien sind A die Sublimationskurve, B die Siedekurve und C die Schmelzkurve. Sie treffen sich in einem Punkt, im Trippelpunkt, in dem die drei Phasen gleichzeitig existieren. Das Druckvolumendiagramm eines realen Gases ist wesentlicher komplizierter als das Drucktemperaturdiagramm. Im sogenannten PV-Diagramm gibt es neben den Gebieten für die reinen Zustände fest, flüssig und gasförmig auch die Koexistenzgebiete flüssig-gasförmig, flüssig-fest und fest-gasförmig. Anders als im PT-Diagramm gibt es hier keinen Trippelpunkt, sondern eine Trippellinie, längst der die drei Aggregatszustände gleichzeitig existieren. Es ist nicht zu erwarten, dass man die bei realen Gase anzutreffende Vielfalt durch eine einzige Zustandsgleichung erfassen kann. Wir wollen hier nun die sogenannte Wanderwalsch- Zustandsgleichung beschreiben. Ausgehend von dem Idealgasgesetz müssen zwei Korrekturen angebracht werden. Das Eigenvolumen der Moleküle muss berücksichtigt werden. B entspricht dem Volumen, das die Moleküle bei dichtester Kugelpackung einnehmen. Dieser Raum steht für die Bewegung der restlichen Moleküle nicht zur Verfügung. Zwischen den Molekülen besteht eine anziehende Wechselwirkung. Im Gaszustand hat diese gegenseitige Anziehung zur Folge, dass der makroskopisch gemessene Druck zu klein ist, es muss eine positive Korrektur additiv hinzukommen. A nennt man den Binnendruck. Das Ergebnis ist die Van der Waals Zustandsgleichung, was offensichtlich immer noch eine Näherung der Realität ist. Die Konstante A und B sind gaspezifische Größe. Um thermodynamische Prozesse zu behandeln, müssen wir noch die Wärme und die Arbeit definieren. Zuerst führen wir die Wärme ein. Die Wärmemenge von einer Kalorie vermag ein Gramm reines Wasser, um ein Grad Grad Celsius zu erwärmen. Es gilt, dass die Wärmemenge Delta Q gleiche Wärmekapazität C-Stern mal Variation der Temperatur oder spezifische Wärme klein C des Körpers mal Masse mal Variation der Temperatur oder molare spezifische Wärme kurz Mol Wärme C mal Mol Zahl mal Variation der Temperatur Delta T. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen auseinandersetzen. Wir werden die mechanische Arbeit von einem thermodynamischen Standpunkt aus als zweite Übertragungsform der Energie einführen. Als wichtiges Konzept der nächsten Woche gilt die innere Energie und somit der erste Absatz der Thermodynamik. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen.